hallo herzlich willkommen hier auf dem kanal hier im helis 22 my friend and me in the country projekt geht zu der weiteren folge die große baumfalt aktion mit ja den ganzen bekannten eigentlich muss hier von einer schild und eine rede halten aber ich glaube der ein bisschen lampenfieber dementsprechend wie besprochen die baumfälle in den tierstellen und ja leider müssen natürlich hier ein bäume ist natürlich sehr schade aber werden natürlich dafür der neue bäume angepflanzt weg mit der scheiße in unserer schönen stadt und ja dementsprechend reden wir hier nicht lange hat die rede nicht gut vorbereitet das macht den abschluss nur noch schwerer ich würde sagen ich habe gar nichts gemacht wir starten jetzt einfach mal dazu setze ich mich mal hier spaß ich die haben die europäische woher rüber hier sie können das bestimmt besser so jetzt werden wir sehen hier jetzt action hier action macht die bude an so komm gehen wir mal näher hier gucken bisschen der bauer haben sie schützt die können ruhig näher rankommen ja herr bauer ich glaube der ist hier grad stellen sie sich mal vor der baum wurde einfach aus dem hau jetzt wird spannend hier jetzt auch vor wo hoho ho 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 har스 ясny der Bauer hat einen richtig guten Platz das der direkt von unten gefällt wird dafür so ein guck mal von ganz hier hinten so hier sind bestimmt sicher oh 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 er baue mir nicht 100 Meter auf Rollen alle wie hoch ist denn der Baum? Alter boah jubi guckten sie war mir groß ey ey kann ich da mal einen Abschnitzel machen? wo soll der jetzt überhaupt hin der Baum ist die Frage Kaufen sie mir die Hackflüten ab? ja genau ich fahr den jetzt so jetzt zur Biogras ja wir schmeißen einfach rein hacken sie mal hier aber auch immer Vollgas machen sie mal drei Meter oder würde ich sagen 5% ist das nicht Hayır nicht mit dem Ding nicht ach so das wäre mmm das ist die billige Version davon ja, wraffend für mich nur den eh l номholz lkw dabei o God, jetzt fassen sie auf sie, dass Erstmal gleich sterben wir gehen gleich mal ganz weit nach hinten ah oh o God Oho Oh Oho Dominik stell ich nur um als gegenwichtigte oh ja oh nå jeg ey der ist schnell gestimmt, ne? das sehe ich von mir Ich würde sich mit dem Helm und dem Warnweste anziehen, hier so nah bei großem Gerät. Oh stimmt, stimmt, stimmt. Ich geh mal kurz raus hier, um mit der Weste zu holen. Ja, bis hier der Kollege abgeladen hat. Ja, hat schon abgeladen. So, hier, perfekt. Habe ich hier in meinem Kleiderschrank eine schöne Weste. Ah, hier, das muss reichen. Das Seitebereich, ich habe glaube ich auch noch eine. Guck mal hier in den Kleiderschrank. Ja, ich guck mal kurz hier. Dominik, zieh dir auch eine an. Ich kenn dich nämlich. Du bist der Erste, der drunter liegt. Jo, 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 bam. Wo sind sie denn? So, ich bin doch hier. Ah, Mensch. Ja, ja, ja. Habe sogar noch einen Helm gefunden. Helm zieh ich mir auch noch. Zieh aus, als wäre ich dazugehören würde. Vielleicht habe ich noch ein Schutzhelm. Boah, hier, ich habe noch einen Schutzhelm. Ey, da fällt ja schon den zweiten Baum. Also, wenn einer eine Motorsäge hat, ich würde auch hier schnell einen ersten suchen. Ach du, was denn das? Ich habe eine Motorsäge. Warten Sie mal, ich fange mal an hier. Hallo, was denn das für Geräusch, Junge? Ich entaste mal das Ding. Ich mach das zu drehen, habt ihr recht. Ja. Wir sehen aus wie die... Weiß er denn alle? Wir sehen aus wie die... Wie die sechs von der Tanke, Junge. Wirklich. Ich... In wie vielen Metern machen wir denn den Baum? Also... Weiß er nicht. So 20 Meter. Der hat halt ein Maßband mit. Herr Bauer, wie viele geben Sie das? Schneide ich aber dann zu, keine Sorge. Ja, das macht der Huber schon. Wir gucken ja nur zu. Herr Bauer, ja. 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 Wie viel geben Sie mir denn für Ihre Hackschnisse, wenn ich um die gebe? Was will ich denn im Baum? Mit einem Baum? Der kann nicht in die Biogassenleitung. Also Herr Bauer, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber Sie hatten doch gesagt, Sie wollten... Wo haben Sie eigentlich diese hässliche grüne Hose hier? Von Ihrer Mutter hat er sie mir gekriegt. Ey, nicht so frech, Herr Bauer. Ich glaube, ich schneide mir die und liefere die mit dem Auto einfach zum Holzwerfer. Boah, guck, hier haben immer schöne Bäume hier. Das ist auch sehr schön, wie sie die... Ja, sieh auch mal. Ja, aber sie ist auch so arrogant mit dieser... Ja, sollen die kurz zugeschnitten werden auf irgendeiner Länge? Ja, ne, das mach ich doch. Das fassen wir die halt gleichzeitig einfach. Du Jungs, ihr habt doch auf euren komischen Mutti Faust da Trinken drauf, oder? Ja, stimmt. Ja, wir haben noch ein bisschen Bier gekauft. Ja, ich glaube, wir haben noch was eingekauft. Ja. Ja. Ja, komm mal mit, Dominik. Ja. Ja. Wo haben wir eine Idee gestellt? Ja, wo haben wir eine Idee gestellt? Ja, Dominik, einen Kasten hast du ja schon vorne am... Aber warum... Vor dem Bauch? Aber, hä? Ach so. Hä? Was ist jetzt am Lauf? Dominik, komm mal her. Ich bin ja schon da. Alkohol am Arbeitsplatz, verstehe. Hier, Herr Haft. Du gehst schon mal direkt ein. Hau dir direkt rein in den Kopf. Den müssen wir abfüllen hier für bessere Konditionen. Der Vogel, hier. Der kriegt billige Kredite. Und jetzt sind wir mal hier. Danke sehr. Danke sehr. Bei meinen Zinsen bleibe ich auch wenn ich Alkohol... So. Jungs, jetzt aber mal hier... Ey, Haft. Ich brauch sie aber nachher noch. Ja. Also, jetzt nicht hier zu heftig wieder machen. Zu erhaftig. Sonst kommen sie noch in Haft. Ach, Herr Bauer. Schnell, tu den Kasten weg. Schnell. Hier ist nichts. Was willst du denn hier? Na, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Schnell weg. Schnell. Sagen Sie mal, Herr Bauer. Schon ausgezogen in die Schutzkleidung hier? Natürlich. Geht's noch, Junge. Wir sind sogar ja fertig. Ja. Wirklich, gehen wir weiter. Ja. Hm. Oh, ein Digga Tatra, Junge. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadam. Was? Da steht ein Digga Tatra. Mal gucken Sie mal, hier ist schon dieses Holzequipment. Die ganzen Holzstämme. Uuuh. Da steigen sie in der Wässer aus, was wird der... Oh, Jooh! 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 Junge. Aber dann haben wir schon ein gutes Holz... Der Zug hier durchgefahren war. Da können wir nicht gut Holz verkaufen. Lass uns! Als Alderman, wie lange müssen wir anderen hier? Was glauben sie? Was? Eieieiei! Was ist denn das? Sie rufen auf jeden Fall früh schon. Als wenn sie lange auf dem Hupen-Kopf bleiben dann... Hä? Länger doch weiter! Wo ist der Blut, ey? Jetzt darfst du wieder da hinten hingehen. Herr Huber fällt schon weiter. Echt? Was? Geht schon weiter. Also Herr Huber, ich glaub... Der Vogel, komm sie schon! Die letzten beiden Bäume... Oh 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 oh, jetzt ist 안ishing! Wohohohohoho Passen sie auf meine teuren... Nr? Oh 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 oh... Oh ohohohohou Da geh ich mal ganz schnell hinter die Absperreorge, hör mal hinter die Absperre. Jaja, ich würd auch sagen... ...geh mal hier hinten, ey. Sagt, wenn du wieder vorne rumspielst ist der Vogel, wie immer. Ja ich bin hier auch. Hallo jung! Hallo ich bindet mich mal nicht. Oh ohohohohan! Oh oh ohohohoho, Ohohohoho! Ohohohohohoho! Hauptsache der Haftgewinner in den Ding. Alice. Hey Burkhard, ich brauche sie noch. Für Kredite. Für billige Kredite. Ernsthaft. Na, hören Sie mal... Herr Huber! Nee. Das Ding gleich in meinem Wald verfrachten danach und geht weiter weil es ist ja nicht so gesund an aber hier gucken sie mal dass sie auch nicht so etwas wie der hier liegt der Baumstamm entlegte das sieht aber schon sehr professionell aus wie sie das so machen Herr Huber wenn sie die so am Stück mitnehmen sagen sie mal haben sie ja gerade den Baumstamm also da würde ich mal sagen hier wird es ein bisschen billiger im preis und natürlich auch noch machen was ist das jetzt gehe ich eher aufholzer machen sie die Tür auf ganz schön Dominik du merkst auch nichts mehr oder der Kasten hat ja nicht gut bezahlt was denn ich schau dir zu wieso guckt der Hanna auf dem Dach um ja weil der nichts anderes kann ja so wie du Dominik mein Freund du überlegst nicht so einen Kasten als Bauch haben kann ich noch nichts dafür Achtung Joachim der rollt ich war voll ich hab halt liegt an meinem Gewicht ne so so wir haben jetzt doch geschafft oder nicht also ich hab auf jeden Fall wir haben viel dazu beigetragen ja wir haben motiviert ja wir haben fleißig motiviert in der Huber ja denn die Tage müssen wir natürlich noch ihr könntet mit Sicherheit mal schnell was trinken wollen ihr beiden oder ja ja klar ich hol dir schnell was Dominik jung und dieses Mal trinkst du nicht alles leer da müssen wir auch noch was geben Herr Seidebacher da komm ich noch mal mit dir ihr kleinen Geier Junge gib mal lieber ein bisschen Geld ab Junge ja ich muss ja noch ganz viel bezahlen was glauben sie wie teuer der Spaß hier wird 50.000 teuer genug allein die Spritkosten ja ja so hier Dominik was bringst du mal an Herr Huber das trinke ich jetzt ja gleich hat noch Zeit hier oder Herr Bauer und Herr Bauer nichts sagen dass wir hinten noch was haben Waaat das ist ganz wichtig ganz schnell weg so jetzt ach alles gut alles gut so die Baumaktion ist ja weg nein ich geh wieder du bist ja nur wegen der Aktion hier du oh ich komm hier gar nicht hoch ach komm wir können die Filter doch die Absperrungen doch mal beiseite stellen jetzt ist der hier fertig naja jetzt können wir ja theoretisch kann man ja die ganzen kleinen Bäume noch wegsägen und damit bemähen können oben ja aber ich rede jetzt über folgt per Hand hier kommen ah ja die Absperrungen da kann er mal bauen 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 weitwerfen machen bei den kleinen oder Eierkopf er hat er hat er hat das weiter kommt kommt zum Beispiel aber er hat seine Wahl und so mit ihr auf die Wiese hin um Jungs oder wie ich es gibt nicht die Halt wo auch er hat auch scheiße so jetzt wird er der ich fällt dem Bau auf die Wiese jetzt wenn es die Räume ist fällen so Baum fällt vielleicht 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 oder fällt er boah das ist einfach ein süßer eventuell Herr Seidebacher kommen sie mal ja du hast ja gekriegen hat er ne warten sie mal gucken sie mal hier haben wir einen Baum liegen werfen sie mal weitwerfen vom Baum er ist fett der schafft nix da ich heiße ja Dominik ja wo ist denn der jetzt her machen wir nochmal hier den Baum hä Dominik wo hast du denn jetzt hingeworfen ey du bist echt ein Pleppo nachher mähe ich da drüber ist das Mähwerk kaputt ey such den hier haben wir noch einen hier haben wir noch einen da muss ich mich aber auch mal versuchen hier vielleicht oder machen sie es ok warten sie ja 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 warten sie wir hätten da gelacht wir tragen ihn zusammen jetzt mal ganz dringend hier weg kommen zumindest wir hätten da gelacht Junge nur weil ich ihn jetzt auf euch geworfen hab du bleb au 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 ja wo ist denn jetzt der andere hin Dominik den sollten wir vielleicht mal mitnehmen oder na komm tragen sie den mal zu Herr Huber das wäre super nett ja Dominik den nimmer mit großem Bauch halt kann er auch viel schleppen ich nehmen wir hier die nächsten Bäume haben wir noch zwei weg aber dann kommen wir ja theoretisch eigentlich gleich anfangen mit Mähnen oder nicht ja da passen sie auf ja ich glaube die sind auch gar nicht mehr so da ja die Baumstürfe die sind sehr niedrig geschnitten hier also ich hab das so niedrig wie es geht ja ja und dann würde ich das gespannt schon mal zusammenpacken das hier all den fällt ich auch oder ja komm ja alles weg meine lieben Freunde okay die Special Edition von dem Video hat euch gefallen mit den Baumfällen und so aber der Herr Kollege will wahrscheinlich noch was dazu sagen eigentlich nicht wirklich aber auf jeden Fall ich hoffe es hat euch gefallen das ganze hier das können wir mal Like und Out wieder auf jeden Fall mal ein bisschen supporten natürlich nur bei mir also nicht nur bei mir natürlich sondern auch beim Kollegen beim RISI Gaming und ja dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge wieder und bis dann Ciao Ciao Servus Servus Servus